Leute, ich bin hier heute mit Ami am Start und zwar wir spielen heute den Trainer Simulator Ami. Nein, nein, nein. Ami, guck mal, wie das... Wie richtig sind die denn? Guck mal, wie das wir sind. Bro, guck mal. Dieser eine Typ ist overpowered, glaube ich. Guck mal, wie riesig die sind, Alter. Wir sind ja voll die kleinen Pupsis. Mein Gott, Bro, guck mal, der hat die ganze Karte ein. Ey, der hat mich gefressen oder so. Alter, Leute, wir werden heute auch so overpowered. Und wir werden nämlich heute die stärkste im Trainer Simulator zusammen mit Ami. Was geht ab? Okay, lass mal jetzt loslegen. Guck mal hier. Leute, wir müssen hier immer drücken mit der Handel und dann bekommen wir immer eine Stärke dazu. Wie cool ist das denn? Guck, Ami, siehst du was? Ich bin richtig am Trainieren, Alter. Ich glaube, ich werde langsam breiter. Ich glaube, umso schneller man klickt, umso... Nee, ich dachte, umso schneller man klickt. Guck mal, man kann hier verschiedene Welten auch freischalten. Oh, guck mal, wer da ist. Wer ist er denn? Der ist am Tanzen oder so, oder? Tanzt der? Der ist ja riesengroß. Der will uns hauen. Oh, aua, der hat mich gehauen. Komm her, komm her, ich haue. Nee, nee, ich bin viel zu schwach. Ey, nicht, dass der uns verpügelt. Das ist ja ein Ehrenmann, Leute. Das ist ein richtiger... Guck mal hier, der geht auf kleinere. Was ist das denn? Warte ab, ich werde mal groß und dann werde ich den kaputthauen. Ja, Mann, wir werden die Größten oder werden wir ihn verhauen, Leute? Ihr wisst ja, wir lassen uns hier nie ärgern. Guck mal, der verfolgt dich sogar. Ey, warum mag der mich nicht? Wie gemein ist das denn? Geh mal hier aufs Laufband, komm, wir gehen aufs Laufband. Guck, guck, guck. Ey, ich bin zu langsam dafür. Ich mach nicht schön drin. Bro, man kann einfach Training auf dem Laufband machen. Wird noch stärker damit. Zack. Guck mal, ich kann ja uns gar nicht boxen. Guck mal, ich gucke mal, wie ich mache. Ich mache 90 Grad nach hinten. Leute, gucke, hier, ich auch. Leute, wir machen hier ein Lippo. Ey, bringt das überhaupt was, dass das Laufband passt? Ich weiß es nicht. Aber ich kann nicht trainieren, wenn ich drauf bin. Nee, wir müssen runtergehen. Wir müssen ja trainieren hier. Zack. Weiter hier trainieren. Wir müssen mal gucken, wo der Shop ist. Warte mal. Das ist eine gute Frage, ne? Gucken, wo der Shop ist, dass wir uns hier direkt mal was Neues holen können. Neue Handeln oder so. Ey, guck mal, der ist auch. Da hinten soll ich schon was fragen. Der drauf ist. Ich bin schon breiter geworden. Ja, Bro, ich bin auch schon breiter geworden. Guckt mal, Leute, langsam. Hier starten wir richtig durch. Wir werden jetzt richtig stark. Wir müssen aber erst mal noch größer werden und so. Wir sehen ja noch richtig zusammengequetscht aus. Ah, guck mal, der ist schon normal. Wo ist der Shop hier? Der sieht normal aus. Das ist, ob der ganz normal vorbeigekommen ist. Aber ich brauche einen Shop. Ich brauche einen Proteinshakes hier. Proteinshakes, Leute. Und wir brauchen natürlich neue OP-Pads. Ey, guck mal, wie groß der da ist. Boah. Boah, der sieht voll gruselig aus. Ich bin auf dem Rollstuhl, ne? Ja, ja, der hat sich... Das ist aber so ein Skin halt, ne? Der hat sich im Rollstuhl reingesetzt. Oha, was ist das denn hier? Guckt mal das coole Pad an. Boah. Boah. Das sieht ja richtig nice aus. Das sieht wirklich krass aus. So, wo gibt's denn hier jetzt einen Shop, Leute? Hier in der Mitte vielleicht irgendwas? Ey, wir sind hier gar nicht durch. Ey, ich sehe auch wirklich null durch. Vielleicht in der Safe Zone oder so. Aber zum Glück, wir trainieren die ganze Zeit, Leute. Und das heißt, wir werden auch die ganze Zeit viel, viel stärker. Das ist halt sehr, sehr gut. Oha, ey, ich bin echt... Ey, wir sind echt breiter geworden, ne? Ja, wir sind viel, viel... Oh mein Gott, nein, der... Oh, der will auf mich aufdrehen haben, hier. Ausweichen! Ey, trainiert, nein, er trainiert, er trainiert. Er läuft nur so. Oh mein Gott. Guck mal, was ist das hier in der Mitte hier? Boah, so Rainbow City oder was? Warte mal, Free Belohnung. Gratis Belohnung. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir die kriegen. Vielleicht so... Ja, da muss wir das Game liken oder sowas. Das ist doch Quatsch, Leute. Das ist doch Quatsch. Wollen wir mal Rebirth tauschen, Items? Okay, wir haben keine Items, no Pets, no Boost, kein Nix. Ich guck mal einen Shop rein, Armin. Okay. Lass uns mal... Wollen wir uns das aus dem Shop holen? Lass mal schneller heben holen, Bro. Schneller heben. Wofür ist das? Unter dem passen, oder? Nee, Shop, einfach einen Shop ganz links. Und dann in der Mitte so ein bisschen, so, ja. Ah, schneller heben. Können wir zweimal hier so schneller drücken? Ja. Zack, zack, zack. Aber warte mal. Oh, es gibt sogar doppelte Gewichte, ne? Gibt es doppelte Gewichte? Ja, das müssen wir auf jeden Fall auch holen, Leute. Ja, muss, muss. Doppelte Gewichte ist, ey. Doppelte Gewichte muss durch hier. Boom. Und ich hol mir, glaube ich, auch noch direkt einen Pass. Gibt es hier auch einen Pass irgendwie? Oh, was war das? Wie groß war der denn? Digga, die sind alle so riesig hier. Hä, guck mal. Doch, ich habe doppelte Gewichte. Wow, guck mal hier. Ich auch. Wie groß? Was? Guck mal, wie ich jetzt wachse. Oha, guck mal, ich auch. Du hast doch ein Gewicht ausgewählt. Du musst doppelte auswählen, du Dulli. Ach so, da vorne. Oh mein Gott. Oh mein Gott, guck mal, jetzt sind wir richtig groß. Hey, du siehst ja normal aus. Eingermaßen. Ja, aus dem Weg hier, ich mache Spuren. Aber wo gibt es? Ihr braucht Pads unbedingt, ne? Ja, ja, brauchen wir unbedingt. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo Pads. Kostens, Kristall und Stärke? Nein. Guck mal, da gibt es verschiedene Länder, Welten, die wir reingehen können, wenn wir Rebirths und so gemacht haben. Ah, also müssen wir auch Rebirths. Wann können wir das erste? Oha, oha. Ich habe Rank ab. Nein. Wir können erst ab 10k. Oh mein Gott. Ich glaube, ich auch. Du hast ja auch Super Saiyan-Verwandlung. Bro. Das ist ja richtig nice. Aber wir müssen hier auf jeden Fall viel, viel mehr Rebirths machen. Und guck mal, da in der Mitte ist ein Ei. Aber können wir das schon aufmachen? Vielleicht müssen wir hingehen. Ey, warum sind wir so langsam? Guck mal, wir können in den Himmel mit einem Rebirths gehen. In den Himmel, okay, ein Rebirths. Also einen Rebirths müssen wir schaffen. Guck mal, Rebirths ist ab 10k. Boah, kostet 10k, Alter. Das ist schon richtig viel. Aber wir brauchen halt Eier. Das ist halt das Ding, ne? Ah, doch, hier mit Diamanten kann man sich die holen. Mit Diamanten? Wie viele Diamanten haben wir? Ja, 300 kostet das. Ich habe 300. Ich kann schon eins holen. Hä? Ich habe gerade 270 jetzt. Oh mein Gott. Ey, ich hole mir noch Lack, ne? Ja, ich auch. Das hole ich mir immer. Leute, zack, wir kaufen uns Lack dazu. Beides oder nur Superglück? Ich glaube, wir beides einfach. Das gibt nämlich Superboost. Da bleibe ich nicht dahinter. Mach ich auch. Guck mal, wie krass das Legendäre aussieht und das Mythische. Digga, das ist ein bisschen voll böse, Alter. Ey, Leute, ich mach jetzt auf. Let's go. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich mach auf. Ich mach auch auf. Oh mein Gott. Und, und, und. Oh Mann, oh. Ich habe ein Epic bekommen. Ein Stierklinger. Was? Ein Epic hast du bekommen? Ja. Ey, Bro. Ich habe nur einen Hasen bekommen. Ich habe nur einen Hasen für Stunny Bunny bekommen. Guckt euch diese. Guck mal. Oh, mein Hase sieht aber viel cooler. Ey, oh, der pitt sieht richtig böse aus. Ja, meins ist ein Stierklinger. Aber, Bro, mein Hase ist dafür, der passt besser zu Stunny. Aber guck mal, wie viel ich jetzt mache. Oha. Ich mache jetzt richtig viele Kristalle. Und guck mal, direkt weiterentwickelt hier. Ja, ja. Warte mal, ich mache. Wie viel mache ich? Amir, Pads sind overpowered, glaube ich. Digga, wirklich. Ja, sieht man, Alter. Ey, guck mal, wie groß die sind. Oh mein Gott, guck mal, wie groß die sind. Ey, du bist viel größer wie ich. Ja, wegen meinen Pads. So, hier, Stunny. Wie war das? Aua, ey. Aua, Armin wollte mich verprügeln. Was sagst du denn? Ja, leg dich mal gegen den Typen da an. Alter, der ist viel zu groß. Boah, der ist richtig groß. Oh Gott, oh Gott. Okay, wir können gleich noch ein neues Pad aufmachen. Aber guck mal. Die haben alle nur so ein Ding, ne? Aua, da kommt ein bisschen was. Aua. Ey, das Mädchen will mich verprügeln. Ich verprügel die auch. Armin, du hast keine Chance gegen die. Ja, super, Armin. Ey, das ist ja voll gemein. Diliane. Ey, das da, an der werden wir uns rechnen, Leute. Das lassen wir uns nicht gefallen. Warte ab, wenn wir ein Pad mehr kriegen oder so gleich, dann hauen wir die kaputt. Direkt noch ein Pad auf. Ich brauche mal ein bisschen. Blaues Ener... Nein. Wie viel Prozent? Nein. Wie viel Prozent? Ich weiß das nicht. Wort, blaues Energiefeld. Ich habe keine Ahnung, was das ist, Bro. So, ich mache auch auf jetzt. Mach doch mal auf hier. Ich würde hier irgendwie hinterherhängen. Äh, ausrüsten, blaues Energiefeld. Ich habe nur ein Bär bekommen. Hä? Warte mal. Ausgerüstet. Aber man sieht das gar nicht. Aber das bringt, glaube ich, Haustier-Erfahrung oder so. Oh, ich muss mir noch einen Slot kaufen. Da kann ich zwei Tiere haben. Ey, Armi, ich mache hier einfach Bankdrücken jetzt hier. Oha, wie? Kriegst du dadurch mehr? Nee, das bringt gar nichts, das Bankdrücken. Hä? Leute, das bringt ja gar nichts. Wir müssen eigentlich... Guck mal hier, das bringt gar nichts, das Bankdrücken, glaube ich. Guck mal, ich. Guck mal, ich hier. Wie groß ich bin. Lass mal zu einer größeren... Oha, guck mal, wie die Handeln aussehen. Bro, das sind die Effekte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sieht ja ohnermal heftig aus. Man kann einfach seine Handeln... Ja, das ist krass. Aber guck mal, Shadi, wie groß ich schon bin. Guck mal, ich gehe einfach hier ran. Boop, boop. Aber das... Aber das bringt nichts, ne? Das bringt nichts, Leute. Das ist ja voll schlecht. Warum? Guck mal. Hä, was ist das denn jetzt? Doch, doch, doch. Jetzt kommt das raus, oder? Bro, ich habe so einen Riesenstampf bekommen. Ich auch, guck mal. Wow. Jetzt können wir die schon ein bisschen auseinandernehmen, aber die sind halt immer noch viel, viel größer wie wir. Ey, der eine ist riesengroß. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Guck mal, ich mache Bauchtraining. Bringt das was? Keine Ahnung. Oh, Sit-Ups. Guck mal, ich kann auch Sit-Ups machen. Wie das aussieht. Aber ich will mal den Doppelhantel. Ne, ne, Doppelhantel ist am stärksten. Guck mal, der hat so einen goldenen Effekt drauf, aber mein Effekt sieht viel cooler aus. Warte mal, wo ist dieses Mädel, was uns eben verprügelt hat? Oh, ey, warum bist du schon so groß, Junge, deine Pads zum Richtigsteck? Digga, weil ich zwei Pads habe. Ich habe auch zwei Pads, aber ich habe so dieses Energie-Ding halt. So, ich mache jetzt noch eins auf, komm, noch eins auf, noch eins auf und. Boah, kannst du schon? Ja, ich. Oh, Stielkrieger. Ey, du hast auch mein Pad bekommen. Oh, Stielkrieger ist richtig selten, glaube ich auch. Let's go, Armin. Acht Prozent. Acht Prozent nur. Hä? Warte mal, ich mache hier noch, ich kann nur ein Haustier auswählen? Ja, ja, ich habe mir einen Extraslot gekauft. Oh, ich habe mir so einen Extraslot geholt, Leute. Das gibt es ja gar nicht hier. Jetzt habe ich zwei Haustiere ausgerüstet. Guck mal, wie groß das auch schon ist. Und jetzt geht es richtig voran. Zack. Oh mein Gott, wie stark bin ich denn gerade, Alter? Hä? Oh. Hey, Armin, du kannst gleich, glaube ich, sogar das nächste Rebirth machen, ne? Wie viel Stärke hast du denn gerade? Ich habe 6.400. Okay, wir brauchen 10.000, um in die nächste Welt zu kommen. Und dann gibt es auch neue Haustiere und viel, viel bessere Sachen hier, weil ich finde in der ersten Welt ist natürlich logisch, ich kann mal nicht so viel machen, ne? Ne, 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 kann man auch nicht viel machen. Aber ich will mal, frag mich, wo dieses Mädel von eben ist, das uns so gemobbt hat. Ja, die ist abgehauen. Ey, das ist dieser Typ eben, der uns eben ganz weit gejankt hat, als wir superklein waren. Stimmt. Ja, guck mal, der greift andere Leute an. Alter. Armin, du musst dir direkt den Superstampf geben gleich. Ja, ich gebe dem jetzt auch direkt den Superstampf. Guck mal, der haut auf den einen Raum. Ja, der Arme, Alter, der haut den einfach. Gib ihm direkt den Superstampf. Los, 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 ich beobachte das. Und? Und Superstampf. Oh, ich seh nichts. Stampf, bam. Oh mein Gott, der eine ist zu groß. Hast du den? Oha, was macht der andere da? Hast du? Oh Gott, der eine greift mich an. Hast du den K.O. gehauen? Ne, ich glaube, der ist auch ein bisschen so weit weg. Er ist so klein. Ja, du musst den Stampf machen, du musst ihn zerstampfen. Sehr gut, hast du den? Okay, ich hab den, ich hab den. Sehr, sehr gut. Ja, ja, der ist K.O. So, das hat er da vorne. Wenn er andere ärgert, das gibt's aber nicht. Wir haben ihn gewarnt, wir haben Sacki weg. Hey, Arme, guck mal, was hier für große Handeln, Riesenhandeln liegen. Was kann man denn damit machen? Ich guck mal kurz. Oh, ich wollte K.O. gau. Aua. Was, ich auch? Hä? Alter, wer ärgert uns hier? Mann, ey, die Leute haben nicht gelernt, ne? Bro. Die wissen nicht, dass wir einfach, wir wären einfach stärker als die. Alter, das ist das. Oh, ich kann mir gleich ein neues Pad wiederziehen, zwei Stück. Bro, ich kann mir jetzt schon längst neues Pad ziehen. Ich hab 700. Oha, hey, warum kriegst du, hast du irgendwas Boost noch gekauft davon? Nee, eigentlich nicht. Krass. Ich krieg die ganze Zeit mehr Diamanten wie du. Aber wir sind doch so langsam, kann man sich irgendwas kaufen, dass man schneller laufen kann? Schnelleres Ei öffnen, Dreiecks teleportieren, zweimal Schaden, zweimal Schärke. Purple Glitter hab ich bekommen irgendwie. Oh Gott, das kannst du, glaub ich, auf deine Dings machen. Ich mach jetzt auch ein Ei noch auf, Leute. Bist du, hoffentlich was Seltenes, bitte legen der, bitte legen der, bitte legen der, bitte legen der. Ich mach auch nochmal auf, kurz. Auto gelöscht? Bitte, 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 bitte. Panda wurde Auto gelöscht? Blaue Quadrate. Bro, warum wurde das Auto gelöscht? Hä? Ich hab doch gar nichts ausgewählt zum Löschen, Leute. Da wurde mein Pad grad einfach gelöscht, Armin. Nee, oder? Panda, jetzt hab ich ihn bekommen. Komisch. Hä? Aua, ey, ich wurde wieder umgehauen von einem. Nein, der eine ist hier richtig sauer auf uns, glaub ich. Warte, ich muss noch ein Pad aufmachen. Lass gleich Rebirth machen und dann in die nächste Welt gehen. Und dann werden wir uns richtig vorbereiten. Ja, oder lass mal doch. Ich hab Orange Glitzer bekommen. Aber der ist nicht so selten. Guck dir mal meine Hand jetzt an, ich hab auch so Lila. Sag mal. Siehst du mein Handeln? Oh, die sieht auch leise aus, aber ich find mein sieht cool aus. Ja, dein ist auch cool. Meinst du halt nur Basic? Meinst sieht viel, viel cooler aus. Oh mein Gott, der ist voll der Riese, Alter. Ey, nee, das ist ein Pad, Bro. Der Pad ist einfach größer wie er überhaupt. So, ich hab gleich 10.000 Stärke, ne? Ey, ich wurde schon wieder umgehauen von einem. Oh, jetzt reicht's mir. Aber wer macht das denn hier? Das ist dieser kleinere da. Aber wieso haben... Das ist der hier oder was? Der, ja, der hat den Anzug. Der 2. Oh, ey, schon wieder Knockout. Komm her, du, komm her, du. Wie stark ist der denn? Komm her, du, komm her, komm her, Junge. Komm her, ey. Bo, 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 ich hau auch auf den ein. Oh Gott, oh Gott, nein. Ey, der hat mich auch weggehauen. Jetzt reicht's mir. Jetzt kaufe ich mir direkt was aus dem Shop hier. Zweimal Stärke. Boom. Oh, ja, reicht mir. Reicht mir auch. Und zweimal mehr Schaden hole ich mir jetzt auch. Dann hauen wir die richtig weg. Ja, Mann. Lass uns mal vielleicht auch zweimal Kristalle holen. Dann können wir gleich noch ein paar Pads aufmachen. Stimmt, Alter. So ein dickes Pad-Opening wäre eigentlich auch ganz cool, ne? Ja, ja, so Kristalle sind immer gut, Leute. Können wir nebenbei dann sammeln. Zweimal Kristalle noch geholt. Ey, da haben wir ja gleich schon wieder die ganze Shop mehr gekauft. Wir haben gerade mal angefangen. Aber ich lass mich doch nicht ärgern hier von so Paul Berger. Ja, ist halt wirklich so. Wir haben denen gar nichts getan. Wir waren eigentlich freundlich. Ihr habt ja gesehen, Leute. Wir haben ja uns zu verteidigt. So, ich hab gleich 10.000. Rebirth, dann geben wir in die Himmelwelt hinein. Ey, ich hab ja 10.000. Willst du Rebirth machen oder sollst du erst Pads? Ne, lass Rebirth machen. Rebirth, Rebirth, Rebirth. Okay. Oh. Bro, du bekommst bei Rebirths. Bekommst du auch Dings. Ja, 1.000. Diamanten. Diamanten. Guck mal, Leute. Wir sind wie ein kleiner Baby, aber... Oh mein Gott. Guck mal, wie schnell das geht. Ich warte auf dich. Wo bist du? Ich bin doch schon wieder am Start hier. Ich trainiere schon wieder. Okay, ich seh's schon. Ja, ich mach auf. So, lass direkt zur ersten Welt gehen. Und ich glaub, man wird nämlich auch immer schneller werden, weißt du? Ich glaub auch, dass wir vielleicht auf der neuen Welt neue Pads kriegen, weißt du? Ja, safe, safe, safe. Deswegen, wir kaufen hier gar nichts. Wir gehen jetzt da direkt hin. Oh, wehe, der greift uns jetzt an. Wehe. Ey, du bist ja viel größer. Aber jetzt sieht man meinen... Oh, guck mal, wie schnell wir jetzt leveln hier. Mega, das ist so krank, Alter. Boom, 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 Junge. Es geht nacheinander. Wir haben gefühlt eben 20 Minuten gebraucht, um so groß zu werden. Jetzt waren wir einfach so drei Heban. Ja, ich glaub, wir haben jetzt hier Autoklicker. Geht das hier Autoklicker, Leute? Kaufen wir uns einfach. Autoklicker hier. Eigentlich hab ich ja einen Autoklicker, aber ja, gut. Jetzt hab ich mir den hier gekauft. Obwohl es total dumm immer ist. Ich sag dir ehrlich, Autoklicker in den Spiel zu kaufen, ist auch immer richtig frech. Wir können hier aber nebenbei gucken, was hier noch Neues gibt. Es gibt ja auch Boost und so, ne? Gitte, wie geht das denn? Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, ich wurde wieder von irgendwem gehauen. Nein. Warte, wir müssen weg, ja, weil die kleiner sind und dann wahrscheinlich trotzdem stärker wie wir, weißt du? Ja, ja, weil die wahrscheinlich nicht mehr Riegel ausgemacht haben. Oh, kommst du hier rein, Armin? Oh mein Gott, die verfolgen mich. Ja, oh Gott, schnell travel, 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 Leute. Oh mein Gott, wir sind drinnen. Ja! Oh. Hast du es geschafft? Bro. Oh mein Gott, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Du musst auf jeden Fall herkommen. Ey, ich will hier auch von irgendwie verhauen werden. Der ganz Große wurde verhauen. Nein. Der ganz Große wurde gerade von irgendwie in K.O. gehauen. Nein. Ach, du heilige Mokkile. Wir sind zu groß, ich kann gar nichts mehr machen. Hier gibt es auf jeden Fall... Nein, die kostet ein neues Haustier. Ja. Ein neues Haustier kostet 2500 Diamanten, Armin. Das ist ein Hümmel-Eck. Ich hab... Ey, du musst deine Hand wieder aufwählen, du trainierst nicht. Ja, ja, ich hab doch nur hier ein Eck aufgemacht. Bro, ich hab was richtig cooles bekommen. Ein Hümmels-Pet. Ah, fortgeschritten nur. Ich hab gar kein Pet bekommen, ich hab nur so einen Effekt bekommen. Ja, ist aber auch nicht schlimm, ist auch nicht schlimm, ist auch nicht schlimm. Aber egal, das ist schon mal besser. Guck mal, wie mein Pet aussieht. Siehst du das? Oh, ja, 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 guck dir auch mal meins an. Ey, ich mach Rebirth direkt, glaub ich, mal Rebirth direkt. Ey, aber kannst du schon bei... Das bringt... Warte mal kurz, wir könnten, glaub ich, auch Größe... Guck, wir können die Größe sogar auf Maximal noch einstellen. Das geht noch größer die ganze Zeit, ne? Ich hab auch Rebirth gemacht. Echt? Jaja, das geht noch größer, Bro. Aber ey, und man kommt wieder an die andere Insel. Ja, das ist ja logisch, bei Rebirth ist das immer so. Aber es sind schlimm, Leute, wir müssen natürlich... Oh mein Gott, sehen meine Handeln jetzt krass aus. Aber ich bin direkt hier wieder, ne? Sehen die Handeln auch anders aus? Nee, 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 ich mein, weil ich jetzt so... Ich hab jetzt so, äh, Eishanteln. Wir konnten danach sogar in die Unterwelt gehen, ne? Warte mal, wie viele Rebirth brauchen wir dafür? Drei! Stimmt, wir machen bei 10 Rebirth. Was ist denn Auto-Rebirth? Okay, das braucht man nicht. Ich glaub, immer wenn mir 10k reicht, dass der automatisch Rebirth macht. Zweimal Ausdauer, zweimal Energie. Schade, dass man hier nicht irgendwie schnell laufen kann. Ja, ja, leider. Mass Gainer. Gives you a boost of... Was? Gives you a boost hier? Das sind alles so so ne Boosts hier, die man aber nicht braucht. So, wie geht's jetzt mal in die neue Welt hier rein? Brauchen wir auch nicht. Ich will mal in so ne Riesenhandel jetzt trainieren, weißt du? Ja, Mann, irgendwas so richtig... Oh, komm mal, da oben sind da noch welche. Aber vorher... Ne, der will traden. Das wollen wir hier nicht. Ich will nicht traden hier. Ne, 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 ne. So, ich mach jetzt erstmal hier noch ein Eck auf. Boom. Eck auf und... Schon wieder genug? Engelskanient hier. Wie cool ist das denn? Ey, Leute, ich muss auch unbedingt... Das gibt hier nur Stunny-Bunnys und so. Aber man kann maximal nur zwei Tiere mitnehmen, ne? Merke ich nicht. Ne, ich muss mal Handel ausstellen. Ich mach hier schon wieder alle mich anhandeln, Leute. Kann man hier anhandeln? Auto-Klick. Aus. Ich lasse Ruhe. Man kann hier nicht... Oh, Mann, man kann das nicht ausstellen. Gut, nicht schlimm. Oh, ich guck mal. Ich sag dir ehrlich, das Epische aus der ersten Welt ist besser, ne? Das Epische aus der ersten... Guck mal, ich geh jetzt mal hier... Armin, siehst du das? Oha! Oha! Oha, was machst du da? Leute, was mach ich hier? Komplett durchdrehen hier. Boom. Oha, mach ich da die. Schulter drücken. Boom, boom, boom. Let's go. Das macht mehr Ausdauer, aber das bringt uns gar keine Stärke. Nee. Also kaum Stärke. Ich glaub, das bringt gar nichts. Ja, ich mach lieber hier ein bisschen... Oh, ich bin Hulk schon. Du bist rankt ab Hulk. Ey, wir können direkt Rebirth eigentlich machen, ne? Ja, aber ich will grad nochmal ein Pet ziehen, oder? Ja, ich ziehe mir noch grad schnell ein Pet. Und dann können wir in die Unterwelt gehen. Lass Rebirth machen oder in die Unterwelt gehen? Nein, wieso hab ich jetzt Pet gezieht? Ah, ich hab mir jetzt schon Pet gezogen. Oh, heavenly dog. Mann, du bist gar nicht bereit für die Unterwelt. Ich bin bereit für die Unterwelt. Wart ab. Ey, guck mal, das kann auch sein. Du kannst die Größe hier einstellen, ne? Das kann sein. Du kannst dich zum Beispiel kleiner machen und bist aber dann stärker. Das sollte uns so pranken. Ja, ja, dass die pranken uns. Das könnten wir auch machen. Ey, warum pranken die so? Das können wir machen später, wenn wir voll viel Lieders haben. Bro, es gibt noch eine... Die können uns noch freischalten. Kung-Fu. Dafür brauchen wir 15.000 Stärke. Und dann gibt's noch einmal zerschlagen. Das kriegen wir ab 40.000 Stärke. Ah, da können wir später vielleicht die Leute auch one-shotten. Ja, ja. Das gilt. Aber bist du jetzt schneller schon? Ich fühl mich schneller. Sieht so aus, ne? Ja, sieht wirklich so aus. Ey, nein. Warte mal. Boosts? Stats? Guck mal, du kannst vielleicht Stats irgendwas machen. Wir gehen jetzt erstmal in die Unterwelt. Unterwelt, guck, was da abgeht. Höhe, Ausdauer, Energie, Stärke. Ey, Bro, ich weiß, warum wir so langsam sind. Warum? Nein. Wir müssen aufs Laufband. Ach, aber hier sind Laufbänder. Guck dir. Ja, ja. Wir müssen aufs Laufband, dass wir ein bisschen schneller werden. Das ist ja so seit dem ganzen Tag so als Rentner unterwegs. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich es auch, Leute. Ich muss ja hinten aufs große Laufband. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall Ständigkeit trainieren. Sonst, äh, Leute, guck mal. Ey, oh, guck mal, wie. Was? Abi, wie groß ist dieser Typ, ey? Ah, hallo. Bitte nicht hauen. Ey, so groß, wir werden noch größer, Freunde. Das soll ich euch ganz, ganz ehrlich. Guck mal, was der da trainiert. Der trainiert mit Höllengewichten. Ach, du heilige Leute. Der kennt gar nichts. So, ich muss jetzt hier mal. Ah, ich seh's. Ey, guck mal, wie lange ich da brauche, Leute, um zu... Wir sind so lang. Ey, guck mal, ich bin hier am Laufen schon. Wir bewegen uns einfach in Zeitlupe weiter. Bro, das sieht aus wie der eine Typ von TikTok, der auch immer so Zeitlupe-mäßig läuft. Ja, 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 der Salt Puppy, oder? Ja, ja, genau, der läuft auch immer so in Zeitlupe. Oh mein Gott, Leute. Jetzt gehen wir hier. So. Komm mal aufs Laufband. Oh mein Gott. Der hat die ganze Zeit plus 13 Energie. Plus 13 Energie muss das wahrscheinlich sein. Warte mal, lass mal in den Shop gehen. Und uns da Boost holen. Ja, zweifach Energie gibt's. Zweifach Energie? Warte mal. Ja. Warte mal. Bei Shop zweifach Energie, Leute. Ja, das muss man uns holen, zweifach Energie. Ja, ja, ja. Sonst dauert das zu lange. Das dauert sonst zu lange, ey. Sonst wäre ja Ewigkeiten. Dann können wir uns gleich auch zweimal Ausdauer eigentlich holen. Ich bin jetzt schon viel, viel schneller. Ich merke es schon, ne? Merkst du? Ja, ich bei mir aber auch. Bei mir auch. Bei mir auch. Ich merke es nebenbei. Also, was gibt es eigentlich VIP noch? Mal gucken hier, VIP, Leute. Er ermöglicht es, Boost auf die VIP-Welt kann man da nur zugreifen. Aber guck mal, Leute. Jetzt hier schön auf Laufbahn, schön Ausdauertraining. Das muss natürlich auch sein. Das ist natürlich ein bisschen langweiliger als Handeltraining. Aber dafür können wir gleich Rebirth machen und fast in die nächste Welt gehen, ne? So. Das stimmt. Ich kann auch wieder Rebirths eigentlich machen. Ja, wir können Rebirths eigentlich wieder machen. Aber wir müssen halt ein bisschen schneller werden. Irgendwie war ja energiemäßig. Ich kann nochmal hier Stats nochmal gucken. Ich habe jetzt 176 Energie und wir sind 11 Meter hoch. Wir haben 10 Kilo Muskeln. Wow. Wow, wo siehst du das? Bei Stats kannst du gucken. Bei Stats. Ah, hoch. Also Muskel habe ich 4,18 Kilogramm, Stärke 13.000, Höhe 5 Meter, Energie 1205 und Ausdauer auf 4.388. Ist das so eine Energie oder was? Massengewinner, Leute. Es gibt hier, oh Gott, aber was toll ist denn der? Oh Gott, Bro. Es gibt so einen Mass-Gainer, den kannst du dir holen. Weißt du, wie teuer der ist? Der kostet 4.000 Robux. Was? Ja, das ist so frech, Leute. Das ist ja so frech. Was gibt der dir denn? Der gibt mir halt Stärke 15.000 Grad. Und wir haben jetzt schon 15.000. Ey, guck mal, wir haben jetzt hier eine neue Attacke bekommen. Doch, Kung-Fu habe ich bekommen. Oh mein Gott. Guck dir das an, Armin. Wow, was machst du da? Kung-Fu. Das ist Kung-Fu. Skills ausrüsten. Ich glaube, ich mache einen Rebirth. Machst du einen Rebirth? Aber ich will vielleicht schon... Okay, lass den Rebirth machen, komm. Weil wir können doch hinten wieder Laufband machen. Ja, wir können auch Laufband machen, Leute, wenn wir klein nach rechts sind. Das macht mehr Sinn. Dass wir dann auch schneller in die nächste Welt kommen. Hier, guck mal, hier ist doch direkt Laufbahn. Ah, guck mal, wir sind ja, wir sind viel schneller geworden. Das merkst du, glaube ich, halt nur nicht, wenn du so klein, wenn du so riesig bist. Ja, ja, wir sind es aber schon... Geht das Laufband hier überhaupt? Hä? Doch, jetzt geht wieder. Ey, du bist zu schnell, ich kack' eigentlich auf dein Laufband rauf. Ey, Armi hat mir das Laufband geklaut. Ey, wir können... Nein, es gibt bei 10 Rebirth können wir zum Mond, Armi. Nein, ab in den Weltall, sagst du? Ja, ja, checkst du das? Aber ich kriege hier keine Energie irgendwie. Vielleicht müssen wir in die Dings-Welt wieder gehen. Ja, ja, wir müssen natürlich in die Höllenwelt wieder rein. Glaube ich schon. Ich glaube schon. Bro. Ey, wir haben wieder Dings, wir haben wieder Diamanten, ne? Nein, ich sag dir ehrlich, wir können die nächste Welt, die ist jetzt ab... Das ist jetzt die Mondwelt, Bro. Oh Gott, ich fuhr direkt um Grauen. Wollen wir mal vielleicht in die VIP-Welt gehen, gucken, was da ist? Ja, wir müssen uns VIP-Game passen. Ja, komm, wir wollen uns VIP einpäden. Komm, komm. Wir wollen uns VIP. Nicht zu Hause nachmachen. Nicht zu Hause nachmachen, echt, glaube ich, wir haben schon wieder so viel. Oh Gott, 699 kostet das. Aber da soll es wohl auch neue Tiere geben. Ey, vielleicht können wir es gar nicht da ziehen, so direkt Legendary oder so. Ja, das wäre ganz nice eigentlich. Ich gehe deswegen ab in die VIP-Welt. Wir haben jetzt VIP-Pass. Let's go. Ja, ich will zur VIP-Welt. Ey, aber mach ich jetzt auch mehr Power hier? Wow, wie die aussieht. Sieht die geil aus? Alles so in... Guck dir selber an. Guck dir einfach selber an. Okay, warte, warte, ich bin da. Oh, hier ist alles Gold, Bro. Den Gold, Digga. Und hier ist das Pad, was man holen kann. Oh, was ist das? 30K. Was 30K? Diamanten ein Pad zu ziehen. Nein. Doch. Aber Bro, das sind halt VIP-Pads, ne? Eigentlich müssten wir hart auf hart einmal uns eins holen hier. 30.000. Einmal 50K Kristalle. Wie toll sind die Kristalle, Leute? 1200 kostet das. Oh, mir ist egal, Digga, ich sag dir ehrlich, mir ist egal. Komm rein da, Alter. Komm mir rein, komm, Leute. Ja, wir müssen ein paar Leute verfügeln, ja. Ey, das wird so teuer. Wie wäre die... Oh, ich... Was mache ich denn nur hier? Ich mach's jetzt auch, bitte, mach's Endnis. Bitte. Nein. Okay, 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 okay. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Go, 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 go. Und? Ich hab das schlecht... Gold, 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 Gold. Nein. Nein. Hast du Epic bekommen? Ich hab ein Epic bekommen. Sieht das aus, rüst das mal aus, wir werden mal sehen. Warte, 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 warte. Und jetzt, pass auf. Bam! Bro, willst du... Nein. Das ist eine goldene Hydra, die du da hast. Okay, vorbei. Oh, mein Gott. Vorbei, Bro. Guck mal, wie groß wir sind, Leute. Wie groß wir sind. Alter, Abi, was passiert hier gerade? Ey, da hinten ist ein riesen Laufband, da geh ich jetzt mal rauf. Bro. Ey, ich krieg nur das Schlechteste. Ey, mein Hydra ist so groß, du bist bei mir sogar ein bisschen am Längen gerade. Ey, der Hydra ist wirklich zu groß. Guck mal, wir sind zu zweit und wir sind noch nicht bei Endlevel. Und wir nehmen jetzt schon die ganze Karte ein. Das ist noch nicht mehr normal. Ich will aufs Laufband rauf. Ey, Digga. Wir sind wirklich zu langsam, wir müssen mehr auf Laufband trainieren. So, komm. Zack, Leute, ich würde sagen, ich und Abi gehen jetzt kurz auf Laufband raus, werden die doch kurz trainieren und dann machen wir gleich weiter. So, Leute, wir sind jetzt hier ein bisschen schneller, man sieht es, aber wir sind jetzt nicht sonderlich schnell, das dauert ebelst lange, aber Abi, seine Hydra sieht so heftig aus. Ich mach aber jetzt noch ein Karte auf. Weißt du was? Ich mach auch noch eins auf. Nein! Abi will auch noch eins auf. Aber das gibt es doch... Ey, wenn ich jetzt nichts Seltenes bekomme, raste ich aus. Ah, Golden Angel. Ich hab Golden Angel bekommen. Ich hab Golden Money God bekommen. Hä? Oh mein Gott. Wo ist denn der, Leute? Wo wird denn der angezeigt hier? Das schlechteste Haustier hab ich bekommen. Ich hab einmal das... Ich hab beide schlechtesten Haustiere bekommen, obwohl ich extra Glück habe. Das kannst doch keiner erzählen. Arm, Alter. Guck dir meine Pets an. Oh, oh, oh. Guck dir meine Pets mal an. Wie mein... Oh Gott, äh? Wie riesig ist dein Stand? Ey, wo ist... Guck mal, wie riesig mein Haustier ist, Leute. Das ist ja voll übertrieben. Ey, ich kann direkt... Lass direkt Reburse machen. Mache jetzt Reburse, Leute. Und werden dann in die Mondwelt gehen. Ey, wir sind... Und wir werden noch... Das ist krass. Irgendwie hat das Game, glaube ich, kein Ende, wie groß man wird. Guck mal, wie groß die da sind. Boah. Da werden wir jetzt... Guck mal, ey, das eine Haustier von mir sieht geil aus, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Das sieht echt krass aus, Alter. Das sieht echt gut aus. Das hat, ey, 170 Stärken, 170 Ausdauer. Holy Moly. Aber, okay, deine Hydra ist zu übertrieben. Ja, ja, die ist auch krank. Mein Pad ist fast genauso groß wie deine Hydra. Weil die Fliegen so weit sind. Obwohl ich so viel gerade stärke. Ich bin schon bei 20k Stärke wieder. Ich kann direkt Reburse machen. Ja, ich mach direkt wieder Reburse. Ja. Wenn du da ein Episches gezogen hast, Leute. Ist vorbei, GG. Das ist wirklich vorbei? Einfach nur GG. Wie viele Reburse brauchen wir? Wir brauchen 10 Reburse. Wir haben jetzt 6 Reburse für die nächste Insel hier im Mond. Und dann geh ich weiter. Ich muss so 10 mal heben und dann kann ich mich wieder... Oh, einer hat mich gerade, glaube ich, umgehauen. Ja, und dann hast du ja noch einen Multiplikator. Kriegst ja noch... Oh Gott, mich hat auch einer umgehauen. Hey, wie stark sind die denn hier? Guck mal, wir sind nicht... Bro, wir sind nicht mal auf der Bestliste ganz weit oben, ne? Ach, jetzt kostet es noch mehr Stärke. Wie noch mehr Stärke? Das ist nicht immer nur 10k. Jetzt musst du schon 17k zahlen für den Reburse. Ja, ist doch logisch, hä? Musst du doch... Musst du schon die ganze Zeit. Ey, uns haut ihr die ganze Zeit an der K.O., ne? Wer haut uns denn die K.O., Mann? Ich guck's mir an. Ich guck's mir an. Ich geh schön in die Ecke. Irgendjemand haut uns hier die ganze Zeit. Soll er nochmal kommen. Soll er nochmal kommen. Ich bleib trainiert. So, wie viel Reburse brauchst du jetzt? 18k. Ja, irgendjemand verfolgt mich auch hier. Oder? Ist ja nett, Leute. Ich weiß nicht. Ich kann auch Reburse machen. Zack, Reburse nochmal hier. Boom, jetzt sind wir schon bei 7. Bam! Da haben wir immer mal 8 Stärke kriegen wir dazu. Holy moly, Alter. Ja, das ist echt krank, ne? Das geht halt immer schneller, ne? Wir haben auch alles aus dem Shop durchgekauft. Ja, wir können... Ich hol jetzt Auto-Reburse. Das reicht mir jetzt hier. Ich auch, ich auch, ich auch. Dann direkt, Leute, geht hier ein Auto-Reburse rein. Dann müssen wir hier nicht immer raufdrücken. Dann geht es noch schneller. Und dann sind wir gleich hier in der Mondwelt drinnen hier. Jetzt geht es richtig schnell. Guck mal, wie jetzt abgeht. Oh! Ich glaube, ich werde der stärkste... Ich werde der stärkste Mensch auf dem Mond sein. Sag ich dir jetzt schon. Guck mal, da ist das Mädchen, was uns geärgert hat. Wo? Hier! Oh Gott, Alter. Bro, ich baue jetzt Stärke auf und dann werde ich zurückhauen. Oh Gott. Hau, Armi, hau! Du, kleiner warst das, hä? Hau, Armi! Oh mein Gott, der eine rastet auch raus. Der eine ist riesig. Der eine... Oh Gott. Der eine ist größer wie ich. Der eine ist größer wie ich noch. Oha! Das ist der Typ, der mich auch ganz irgendwie antraten wollte. Aber da ist gar nicht richtig. Auto-Reburst funktioniert, Bro. Ich habe Auto... Hä? Auto-Reburst, Leute? An muss ich das machen. Ah, okay. Wo, wo machst du das an? Jetzt musst du jetzt anstellen, die Einstellungen. Weil ich wollte gerade sagen, ich hatte ja viel mehr gerade gehabt. Das ging nicht. Ah, ja, okay. Jetzt ergibt das Sinn. Jetzt ergeben alle einen Sinn. Guck mal, Leute. 18k. Wir machen jetzt... Ich mache jetzt pro einmal heben. Mache ich jetzt schon fast 10%. Ey. Ja, ich mache, glaube ich, einmal heben. Fast 2k. Wie viele Reburst hast du jetzt schon? Äh, ich bin bei... Ich habe gleich 9. Reburst 10. Nein, hast du schon 10? Ach, ja. Hast du das Mädchen da schon gehauen, weil die uns auch gehauen hat? Aua, ich bin wieder gehauen. Aua. Bam, bam, bam. Ich gebe dir gerade so ein paar Backpfeifen. Ich will nicht in den Gletscher rein. Ich bin zu... Oh, ich habe die kaputt gehauen. Ich habe die kaputt gehauen. Bro, Leute, ich bin gar nicht umgehauen worden. Das war Auto-Reburst, deswegen. Ah, bei mir auch gerade. Okay, ich muss auch einmal hier, Bro. Nämlich ready hier. Ich mache jetzt pro... Guck mal hier. Bam. 10. 10. Fast 10, Leute. Boom, boom, boom. Also 6 mache ich ungefähr. 6% pro Klick hier. Oh, okay. Und jetzt können wir gleich zum Mond gehen. So, mal ganz kurz wieder. Ich bin kurz erwähnt als diese Frau hier. Dann haue ich mir noch ein paar wieder rein. Ey, guck mal, die haben die schon die ganze Karte eingenommen. Die haben die ganze Karte eingenommen. Oha. Okay, so. Ich gehe jetzt. Ja. Ich bin jetzt... Oh, ich habe wieder Reburst gehabt. Nein. Was? Ich fliege zum Mond an hier. Nein. Ich komme. Bro. Mond. Ich bin auf dem Mond. Nein. Auf dem Mond. Und hier... Stania hat mich verlassen. Hier gibt es Mondpads oder so, glaube ich. Wie viel kosten die? Ich gucke mal. Aber ich glaube, die sind nicht besser wie... Oh, oh, oh. 7,5, Bro. Das sind so Alienpads, aber... Ich glaube, die sind zu stark. Nein. Was denn? Nein. Was denn? Ich habe was Seltenes bekommen. Oha. Und zwar Effekte Sparks, Bro. Oh, ich habe voll ein süßes Pet bekommen. Was ist denn ein Basic? Das würde ich besser sein als mein... Oh, guck mal, wie das aussieht. Wie cool, meine Hanteln. Warte, warte, guck jetzt. Ich mache gerade noch mal Pads auf. Oh, ich habe ein Space-Drachen bekommen. Aber leider auch nichts wert. Guck mal hier, wie die aussehen. Boah. Sie sehen richtig nice aus. Leute, wir werden jetzt hier noch mal richtig groß. Ich würde sagen, Armin, das war es für die Folge gewesen, oder? Das war es, Alter. Ja, ich würde sagen, wenn die Leute mehr sehen wollen, was müssen die tun? Dann wären wir eine Million stark. Lasst ein Like und ein Abo oder checkt Armin unten in der Beschreibung ab. Leute, das war es gewesen. Und Stunny Bunny.